Freunde der Nacht, Lust auf Ingwerkarotten und Tandoori-Humus? Vegetarisch und saugeil. Die Karotten werden in solche Balken geschnitten. So Viertel. Ein bisschen Ingwer, der wird gerieben. Dann Knoblauch. Und nun, nehmt hier einen schönen Maracuja-Saft. Gebt den in eine Pfanne. Und zu dem Maracuja-Saft Knoblauch, Ingwer, in der Westerspitze Zimt und der Allrounder. Gibt es bei mir im Shop. Die Karotten dazu. Und jetzt lasse ich die schön gemütlich, bisschen garen. Zu dieser Hummus-Creme. Kichererzen. Den löffelchen Sesammus. Tandoori-Paste. Bisschen Knoblauch. Bisschen Kokosmilch. Das kommt alles hier rein. Zitronensaft und eine Prise Salz. Deckel drauf und pürieren. Boah, geil. Der Saft ist so ein bisschen eingekocht. Honig dazu, ab auf den Teller. Hummus-Creme. Und oben drauf die Möhrchen-Möhrchen. Abartig geil. Ausprobieren.